Der Heilergübschüss ist dabei. Da ist er. Es gibt für die Zuschauer der Strecke genügend zu sehen. So bitte nochmal der Hinweis raus aus der Strecke überholen für die Besucher raus aus der Strecke Meine BSA es ist wirklich ein Top das Feld was die Auerberger Mühe gemacht haben das so zusammen zu suchen das ist für die Zuschauer wirklich ein sehr interessantes Feld der Strecke Das war's. 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 Das war's.